Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, wir haben die 100 Abos geknackt, das ist auf jeden Fall sehr cool. Und ja, aber erstmal, heute spielen wir wieder Adopt Me U. Ist auf jeden Fall nice. Ähm, genau. Wir kaufen auch Tyler Egg. Das hat nicht gehört. Es ist lost, ja, das hört sich an wie so ein Engel. Wenn so ein Engel kommt, da hört sich das genau so an. Oh nein, man hat's gehört, tut mir leid. Leider huste ich immer noch. Egal, wir haben 2000 Dollar. Und ihr wisst ja von einem Bluecaven Video, ich benutze ja immer meine Zweitaccounts. Und der ist heute auch dabei. Ich hab nämlich mit meinem Zweitaccount auch gefahren, damit ich doppelt gemoppelt fahren kann. Und deswegen wird so, jetzt werde ich erstmal hier meinen Zweitaccount ausfahren und bei Roblox. Und mit meinem Zweitaccount würde ich das ganze Geld, was ich habe, jetzt einfach spenden. Spenden. An mir selbst. Also ich selbst spende mir selbst Geld. Weil die Adopt Me Dollar sind natürlich sehr wichtig. Ja, und... Irgendwie sehr wenig Sounds in Adopt Me. Außer der Sound natürlich, der ist wahrscheinlich Copyright, weiß ich aber nicht. Wow! Wow, was war... Habt ihr das gesehen? Krass! Eigentlich, Twitter, du hast dich mit bla 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 angeschlossen. Lalalalalalalala. Bleibt bis zum Ende dran. Ihr habt einen guten Grund. Weil wir gleich ein Pettig kaufen. Ja genau, ich bin auf jeden Fall ganz aufgeregt. Deswegen ist heute das Video auch ein bisschen dumm. Oder vielleicht finden die ein oder anderen Zuschauer es auch ganz okay. Bitte kein Hate dafür. Weil wir einfach 100 Abos geknackt haben und ich weiß halt jetzt nicht, ich bei 100 Leuten wirklich, ich weiß halt nicht, was ich auch für Content machen soll. Deswegen mache ich jetzt einfach Adopt Me, weil es mir halt Spaß macht. Weil ich will halt auch Content machen, den ihr mögt. Ja, da ist mein Zweitaccount, der sind Dites, den könnt ihr auch gerne mal adden. Maximal 50 Dollar. Also wir können mal zum Beispiel 50 spenden. Wow, mir hat ja jemand gespendet. Wie cool. Na, spenden wir mal 50 spenden. Wow, wir haben einfach 50 Bucks bekommen. Und da müssen wir mal 50 spenden. Und da müssen wir 50 spenden. Oh, schade. Überfüllt. Und direkt kann der zweite Account aufgehen. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und damit geht es jetzt weiter. Tja. Ja. Ihr dachtet, es wäre Ende. Außerdem bin ich irgendwie aufgeregt, weil wir von uns Apos da haben. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie, keine Ahnung. Bin ich Baby oder Parent? Ich habe mich auf jeden Fall Baby gemacht, glaube ich. Oh. Tja. Tja. Lass mich doch, Luna. Nein, wo ist das Garderobe? Wechseln zur Baby? ich war das sieht man heute ich will du 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 ja genau ich bin heute ein bisschen los genau wir müssen wieder zum spielplatz und dann holen wir direkt das neue Eck gibt es ein neues Eck oder noch nicht ich glaube es gibt auch aus die Ex nein mein mein Luna Deutsch mit mein Luna ach so dass der Ausgang wie ja okay Frau m wo du warte warte fisch Junge hier ist eins wir kommen nicht durch heute fisch Nein, jetzt machen wir es nicht schon wieder. Wir kommen uns jetzt an den Eck. Ich hoffe, ihr habt mir hier hingeschaut. Schaut auf jeden Fall bis zum... Junge! Alter! Seit wann ist hier eine Playstation? Stadt-Ei! Oha, das kenne ich noch gar nicht. Ey, Junge, ist es laut? Junge, ist es so laut gewesen. Wir müssen auf jeden Fall ganz viel farmen. Damit wir mehr Eier kaufen können. Mehr Eier. Im nächsten Video, falls ihr ein Like da lässt und dieses Video... zwei Likes bekommt, dann werden wir auf jeden Fall weitermachen. Oder? Doch. Nein, wir machen eine Challenge. Dieses Video muss mindestens ein Like haben. Damit wir in der nächsten Folge wieder ein Eck öffnen werden. Digga, du Ehrenloser. So. Ja, so langsam entspanne ich mich, weil... Ich habe gerade meinen... Oh mein Gott, Lebkuchen-Männer! Warte mal. Erinnert ihr euch noch auf das Video, was heute gekommen ist? Oder gestern? Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochlade. Dankeschön für 100 Abos. Warte mal, da waren wir auch als Lebkuchen-Mann. Wow. Das Video war übrigens sehr hochwertig animiert. Ja, animiert jetzt nicht, aber wir haben das auf jeden Fall sehr hochwertig gemacht. Weil, da waren auf jeden Fall krasse Sachen. Können wir mal bitte warten? Also, ich warte jetzt erstmal... Ich so, können wir mal bitte warten? Also, ich warte jetzt erstmal, bis dieses Stadtei eine Task hat und dann sehen wir uns wieder. Also, das Pad hat jetzt ein paar Tasks und die werde ich erledigen. Und wenn das beim Vorletzten ist und eine Task noch da ist, dann werde ich euch das zeigen. So, Freunde, da bin ich wieder mit ganz vielen Tasks. Mit ganz vielen anderen Tasks. Ja. Die wir jetzt erledigen werden. Wow. Alter, dieses Auto hier so. Sag mal. Das habt ihr aber nicht gehört. In Ego? Junge. Was macht das? Was passiert hier? Oh, es tut mir so leid. Also, jetzt machen wir aber die ganzen Tags erstmal. Damit unser Urban Egg für 750 Dollar auch schlupft in der nächsten Folge, wenn wir dann wahrscheinlich nur ein Haustier-Ei oder ein Cracket Egg öffnen. Bitte bekommen etwas Gutes. Ich habe nie Glück bei diesen Dingern. Okay, ich habe krasse Sachen. Ich glaube, Junge, ich habe, während, aber eigentlich habe ich Glück, aber, Junge, ich habe, glaube ich, irgendwie aus so einem legendären Ei diese Schlange bekommen oder so. Kann man die aus einem legendären Ei? Ich habe etwas richtig Schlechtes, obwohl eine gelbe, ich glaube, das war die hier, die war schon cool. Also, ich habe auf jeden Fall, ich finde alle Pads tatsächlich irgendwie cool, die ich habe. Aber aus einem krassen Egg sowas nicht so gut zu bekommen, finde ich halt nicht so cool, weil ich würde schon gern sowas krasses irgendwie, sowas seltenes. Und das hat, ich glaube, damals war es eine höhere Chance, etwas seltenes zu ziehen als heute. Ich beschwere mich nicht über meine Pads. Ich finde alle meine Pads, also alle, die ich hier habe, auch die Doppelten, finde ich natürlich cool. Vor allem, welchen krassen Doppelten hätten, würde ich den ja sowieso cool finden, weil, ja, ich denke, den halt einfach cool finde. Ähm, ja, genau. Ja, dann sind wir schon bei Ungeschlüpft recht weit. Haben wir denn noch ein bisschen Essen? Wir haben einen Käse. Ja, komm mal her, bitte. So. Okay, das ist sehr cool. Junge, unser Patch schlüpft gleich bei 9 Minuten 18. Ich habe doch gesagt, bleibt es zum Ende dran. Ich wusste, schlüpft gleich. La, 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 la. La, 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 la. Boje Egg von The Gumbel Machine in Snusory. Oh, mehr Geld für die nächste Folge. Juhu. Nice, ich liebe diese Bugs. Die Bugs sind richtig nice. Man kann natürlich auch denken, Bugs oder Bugs? Ja. Ja, jo. Es schlüpft gleich. Es schlüpft gleich. Es schlüpft gleich. Oh mein Gott, gut, dass ich das auf Kamera halte. Ich hätte wahrscheinlich sowieso ein Short gemacht. Ich so, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Short auf meinem Kanal. Das hätte ich dann sowieso gemacht. Aber jetzt machen wir so ein Video. Ich bin ein Short. Ey Freunde, bleibt dir jetzt. Jetzt bleibt sofort dran. Also wirklich. Jetzt bleibt mal dran. Ich bin so gespannt. Bitte. Okay, ihr dürft live mitwarten. Ich weiß, mitwarten ist nicht so geil. Aber ich will auch nicht warten. Und deswegen warten wir jetzt gemeinsam. Dann warte ich nicht so alleine. Huh? Jungen? Was kommt denn da? Chill. Chill nicht, Junge. Okay. 65 Prozent. Ja. Schlüpft. Digga, werden wir jetzt was Seltenes bekommen. Oh, ich kriege gerade einen Anruf. Egal. Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Oh mein Gott. Schwarz, Milan. Und extrem selten. Und damit, Freunde, beende ich diese Folge und sage damit auch Ciao, weil mich ruft die ganze Zeit anders an. Ciao, Freunde.